Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge textlastig mit dem Falk. Hallöchen. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo du sagst, und dem Simon. Und dem Simon. Yeah, und eine ganze Menge Zombies. Und dem Sam. Ist er zurück? Der Sam, der hat jetzt zwei Wochen lang gewartet in seinem Häuschen. Ja nur, irgendwas ist immer. Bis wir ihm antworten. Und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife können wir einfach mal gucken, wie es ihm so ergangen ist. Also beim letzten Mal ist er, und nochmal nachgucken, ach ja genau, die Toten, also die Zombies, haben sich gesammelt, so wie Herden. Und er wollte in dem Haus, in das er geflüchtet ist, sich nochmal kurz umgucken, ja, ob da was Schönes ist. Genau. Und wir haben ihm nochmal gesagt, toi, toi, toi. Genau. Und er hat gesagt, sowas sinngemäß, nu. Also das thüringische nu, im Sinne von, ja natürlich, mach ich, danke. Genau. Um das mal zu übersetzen. Sehr gut. Also was sagt er? Auf der Veranda steht ein Toter. Kannst du mal die Tür aufmachen? Warte, man wartet eigentlich immer, bis der Gast klingelt, gell? Das könnte auch ein Album-Titel sein von den Beatles oder so. Auf der Veranda steht ein Toter. Stimmt, ja, wäre auch nicht schlecht. So ein, keine Ahnung, 50er-Jahre-Song. Auf der Veranda steht ein Toter. Pass in das Szenario, absolut. Perfekt. Achso, wir müssen jetzt hier was schreiben. Achso, okay. Und jetzt können wir sagen, na und? Oder hat er dich gesehen? Hat er dich gesehen? Ich würde sagen, das fragen wir, oder? Wir fragen, ob er den gesehen hat, oder? Ja, ja, genau. Hat er? Ich habe aus Versehen eine Vase umgeworfen. Was? Er hat aus Versehen eine Vase umgeworfen? Wie hat er das denn geschafft? Ja, richtig. Eine Vase. Ich kann meine Dummheit gar nicht fassen. Ja, dann hör auf zu schreiben und wenn. Das sind wir schon zwei. Und jetzt versucht er, wie ein Irrer durch das Fenster zu gelangen. Oh, okay. Okay. Zumindest läuft er wieder dagegen. Immer wieder dagegen. Okay. Und sein Gesicht. Und sein Gesicht, ne? Habe ich doch gerade gesagt. Ist die Audio-Verbindung nicht so gut? Nee, ich habe jetzt gerade nichts gehört mehr. Achso, Entschuldigung. Und sein Gesicht. Er und sein Gesicht laufen gegen das Fenster. Sehr gut. Es hinterlässt beim Aufprall Stücke seiner Haut. Äh. Mmh. Ja. Komfort. Was willst du da machen, ne? Ich kann da nicht weiter hinsehen. Ja, dann lass es. Kannst du ihn irgendwie ablenken? Oder? Du solltest dich besser verstecken. Können wir ihm jetzt als Tipp geben. Ähm. Also ich finde. Ich finde Ablenken irgendwie sinnvoll. Was? Ablenken. Ablenken, ne? Ja, ja, finde ich auch. Weil, ja gut, verstecken. Und dann, dann kommt er halt rein und findet den trotzdem irgendwie. Okay, also. Dann, äh, versuchen wir mal das mit Ablenken. Und? Schon möglich. Ich weiß auf jeden Fall, dass diese Dinge von Geräuschen angezogen werden. Aha. Ja, weil er seine beschissene Vase umgeworfen hat. Hat er ein Eigenexperiment herausgefunden. Ja. Siehst du, er hatte seine Vorteile. So, und jetzt können wir als Tipp geben, wirf etwas auf die Straße oder stell etwas vor das Fenster. Warum denn, warum sollte er denn jetzt was vor das Fenster stellen? Hm, verstehe auch nicht. Also, klar, wirf was auf die Straße, ne? Ja. So. Klar! Ach nee, ist dein Text. Verzeih. Klar! Vom oberen Stockwerk aus sollte das ein leichtes sein. Okay, sehr gut. Ich suche mir etwas Geeignetes. Bis später. Okay, Sam ist für acht Minuten abwesend. Und ich würde sagen, wir grübeln mal darüber, was er jetzt auf die Straße wirft. Was wäre dein Tipp? Noch eine Vase. Nee, 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 warte. Schallblattenspieler. Ich sage eine Vase. Okay. Also, offensichtlich ist ja in diesem Haus mindestens eine Vase gewesen. Und wo eine Vase ist, da gibt es noch mehr Vasen. Genau. Also, ich schaffe mal. Kann ich bestätigen. Ich bin jetzt oben im Schlafzimmer. Oh. Und weißt du, was ich gefunden habe? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wissen will, um ehrlich zu sein. Sag schon oder nein, was? Okay, sag schon. Einen Wecker. Einen Wecker. Hier, da muss ich jetzt einfach eine Anekdote erzählen, weil ich das gerade heute gelesen habe. Und zwar gab es, bevor Alarmsysteme wie Wecker erfunden wurden oder Wecker, die dann eben ein Wecken konnten, gab es Leute, die die Fabrikarbeiter geweckt haben. Also, den Job war es, mit einem langen Stock an das Fenster zu klopfen und die zu wecken. Und irgendwie an dem Fensterladen oder an irgendwie so einem Schild stand dran, wann die Leute geweckt werden wollen. In welchem Land? Na, Wikipedia hat das jetzt. Also, ich habe jetzt einfach das mal als ... Man, du stellst ja Fragen. Das habe ich noch nie gehört. Krass. Okay. Und ich habe eigentlich schon fast jede Terra-X-Folge gesehen. Na, die große Frage ist halt, wer hat denn die Leute geweckt, die die anderen wecken? Die waren wiederum wahrscheinlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche wach. Dein Weckerl schläft ja auch nie. Einer muss halt die ganze Nacht aufbleiben und dann mindestens einen anderen wecken und so. Auf jeden Fall ... So wie einer muss das Feuer anlassen, so am Brennen halten, so in der Art. Genau. Und auf jeden Fall ist es so, dass einer, dass wir diesen Text dazu auch mal verlinken können, das steht auch in Wikipedia, und die Leute wurden genannt Knocker-Upper. Ich nehme an, das kommt halt daher, dass die oft an die oberen Fenster geklopft haben, deswegen das Upper und ansonsten Knocker ist halt das Knock-Knock. Ja, genau. So, das passt jetzt halt gerade hier gut, weil der hat einen Wecker gefunden. Finde ich eine schöne Geschichte, Simon. Ne? Wunderbar. Gleich mal wird das gelernt. Du weißt schon, so ein altes, aufziehbares Ding. Das waren die Schlimmsten. Da konntest du nicht so richtig gut regulieren, wie laut die klingeln sollen. Und wenn die dann mal klingeln, da zieht es echt die Füße aus. Die Füße aus, okay. Ich meine die Schuhe, aber die hat man ja im Bett nicht an, deswegen die Füße. Das stimmt. Ich stelle einfach seinen Alarm und werfe ihn in den Vorgarten gegenüber. Mann, das ist ja eine richtige Intelligenzbestie. In den Vorgarten gegenüber? Wie weit wirft denn der? Der Herr Sam. Meinst du, der heißt wirklich Sam? Das klingt wie so ein ausgedachter Name. Das ist sein Nickname im Chat-Tool. Okay. Wir gehen die ganze Zeit davon aus, dass es sein Er ist. Es könnte aber auch eine Sie sein, ne? Wollte ich ihn nur mal einwerfen. Sam ist genauso auch ein weiblicher Name. Das stimmt. Ich überlege nur gerade, ob er oder sie sich nicht verraten haben. Nö, ich glaube, das gab es bisher nicht. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das war der größere Wiel am Ende. So. Stelle, also er sagt, er will den Alarm stellen und dann in den Vorgarten werfen. Der Rasen dort ist so hoch, dass er den Aufprall auf jeden Fall überstehen sollte. Ah, das ist ein interessanter Hinweis, ne? Da anscheinend ist das Gras schon relativ hoch gewachsen. Das heißt, dieser ganze Ausbruch und dieses ganze Bunker-Ding und so, das ist schon zumindest, sagen wir mal, jetzt nicht nur eine Woche her. Naja, dass sie weggelaufen sind aus dem Bunker, ja schon. Was? Ist eine Woche her. Ja, genau, das ist relativ kurzfristig, aber der ganze Ausbruch der Geschichte, so dass sich dann eben um den Rasen keiner gekümmert hat, das ist anscheinend schon ein bisschen länger her. Das stimmt. Weil in einer Woche wächst der Rasen ja nicht so hoch, dass der Wecker da ohne Probleme auf, naja. So, jetzt können wir ihn loben. Toller Einfall, Junge. Sehr gut gemacht, tätschel, tätschel. Oder, wenn das mal gut geht, können wir loben den, oder? Ja, er braucht ein bisschen, ja. Ich meine, das ist das erste Mal, dass der eine gute Idee hat, ja. Und was Tolles gemacht hat. Und er hat sich bis jetzt auch noch nicht verschrieben, also wirklich toll. So, toll Einfall. Nicht wahr? Jetzt wird er auch noch größenwahnsinnig. Also los. Selbstlob. Moment, was ist dort drüben am Fenster? Dass er dafür Zeit hat, das zu schreiben, ist interessant. Ich wollte gerade sagen, eigentlich, ich mag telefonieren nicht, aber bei sowas hätte ich schon lange meine Freisprechanlage dran. Man würde telefonieren einfach, weil man kann, während man was macht, reden. Egal. Was ist da drüben am Fenster? Da, da ist jemand im Haus. Oh, Alter, das erinnert mich so an PUBG. Für die, die es nicht wissen oder für die Geschichtshistoriker, die das jetzt in 200 Jahren hören, es gibt gerade ein Spiel, das heißt Player Unknowns Battleground. Es ist ein riesiger Hype. 20 Millionen Leute haben es schon gekauft. Multiplayer-Leute schießen sich gegenseitig auf so eine Insel tot. Battle Royale, Stichwort. Wie in dem Film. Und da würde so ein Satz genau hinpassen. Was ist dort drüben am Fenster? Und shit, da ist jemand im Haus. Das ist genau so eine Sache, die man da auch sagt, weil da versteckt man sich teilweise auch in Häusern und dann hört man die Tür gehen und denkt sich so, shit, da ist jemand im Haus. Ich habe es bisher noch nicht gespielt. Ja, okay. Und jetzt können wir fragen, ist es ein Mensch oder bist du sicher? Ja, Alter, bist du sicher? Na klar, ist er sicher. Also, wir fragen, ob es ein Mensch ist, oder? Mhm. Weil ich glaube, er ist sehr sicher, dass er nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, eine Staubfluse gehört hat. Ja, wir wissen nicht, ob Tag oder Nacht ist gerade, ne? Ist doch egal. Nee. Du hörst doch, ob da eine Diele knarzt. Ja, aber beim Haus gegenüber höre ich erstmal hoffentlich nix. Wieso gegenüber? Hat er nicht gesagt. Ach so, du meinst das in einem anderen Haus. Scroll mal nach oben. Ach so. Er will doch das Ding gegenüber hinwerfen. Ach, jetzt verstehe ich. Der Rasen dort, genau, da in den Vorgarten gegenüber. Deshalb meinte ich ja noch vorhin, was du scheinbar nicht gehört hast, wie weit der Kerle werfen kann, weil theoretisch würde da ja eine Straße dazwischen sein. Ach so, jetzt macht meine ganze Anekdote auch gar keinen Sinn. Was ist dort drüben am Fenster? Ach, ich dachte, er ist, ah, okay. Ich dachte, er ist halt, ne, er guckt drüber und sieht, also du kannst ja auch da drüben in deinem eigenen Raum, ein Raum hat ja auch mehrere Fenster und du kannst auch sagen, halt da drüben an dem Fenster. Da war gerade irgendwas. Ach so, meinst du, okay. Und ich dachte, der gehört gerade, wie jemand ins Haus kommt, weißt du, oder wie jemand unten gerade reingeschlichen kommt. Aber du hast recht, das ist das andere Haus. Okay. Na dann mal los. Also, wir haben gefragt, ein Mensch. Ja. Auf jeden Fall ist das kein Toter, das ist ein Mann. Okay. Ein alter Mann. Also doch ein Toter, quasi. Fast tot. Und er sieht direkt zu mir herüber. Ja, dann wink mal. Verdammt, damit hatte ich nicht gerechnet. Ja, dann wirf den Scheiß weggehaltener links oder rechts. Ich würde den Toten direkt zu ihm führen. Ja, aber der Alte, ich meine, also. Vielleicht kann ich den Wecker woanders hinwerfen. Nein, es muss dieser Vorgarten sein. Warum denn? Na, damit der Wecker nicht kaputt geht, weil da der Rasen ist, weiß man doch. Ah. Wenn ich nicht will, dass der Wecker beim Aufprall in tausend Teile zerspringt. Okay, also, entweder haben die Nachbarn drumherum sich trotz Aberköpste doch nochmal Zeit genommen, den Rasen ihrer Gärten schön säuberlich zu trimmen und nur der eine hat seinen Garten zerzausen lassen. Das stimmt, ne? Oder, oder er kann, und das ist wahrscheinlich die wahrscheinlichere Alternative, er kann einfach wirklich nicht so weit werfen. Weil, ich meine, so ein Garten ist ja mitunter vielleicht relativ groß und in den anderen Garten zu werfen, das schafft er vielleicht nicht und dann würde er vielleicht auf der, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, das ist doch völlig egal. Ich meine, der kann doch auch diesen Wecker auf die Straße werfen, das müsste den Zombie doch auch ablenken. Das ist ja auch ein Geug. Ja, er macht so oder so Lärm, denke ich auch, ja. Eben, und das ist ja so ein Metallwecker, da springen noch die kleinen, die kleinen, wie heißt das da drin, Zahnräder raus und dann machst du Kling, Kling, Kling und Fling, 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 das müsste doch genug sein. Eben. Naja, gut. Also, klick mal weiter. Okay, jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir den Wecker zu diesem Alten locken oder eben nicht. Ähm, ich bin ja ein netter Mensch, ich würde sagen, wirf nicht. Ehrlich, ich weiß nicht. Ja, komm hier, nach mir die Sintflut, wirf das Ding einfach rüber, komm. Ja, komm. Ich meine, den Alten, den retten wir doch schon irgendwie, oder? Meinst du? Ja, wenn da eine Herde draußen ist, man weiß es nicht, ne? Ja, aber die Herde, die geht doch dann zum Wecker. Also, weißt du, ich meine, da ist die Herde da eben im Vorgarten, ja, und schlimmer kann's auch nicht werden. Also, beziehungsweise ist sie jetzt ja auch schon schlimm, jetzt sind ja auch schon überall die Zombies. Also, die Situation verschlechtert sich jetzt nicht immens. Es ist jetzt nicht so, dass der Alte gerade geplant hatte, sich schön mal mit dem Sonnenstuhl in die Sonne zu legen, im Vorgarten. Und jetzt versauen wir ihm sein kleines, äh, seine kleine Siesta, weißt du? Eigentlich ist ja, ähm, wenn er im Haus ruhig ist, bleiben die ja im Vorgarten. Richtig. Das ist ja deine Überlegung, ne? Ja, da komm jetzt hier, wirf einfach, wir wollen mal hier spontan sein. Komm jetzt, wirf. Zack. Punkt, Punkt, Punkt. Er schreibt nur Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, ihm gefällt unsere Idee. Finde ich auch. Ich habe ihn geworfen. Ja, gut. Was habe ich nur getan? Hast du gerade gesagt? Du hast den Wecker geworfen. Den Wecker geworfen. Alberner. Gib mir einen Moment. Okay, er braucht jetzt fünf Minuten, um sich zu erholen. Er muss sich wahrscheinlich die Nase putzen. Nein, ich glaube, er hat einfach eine emotionale Bindung zu diesem Wecker aufgebaut. Ach so. Das stimmt, ja. Ich glaube schon. Und ich meine, man muss auch sehen, wenn du in so einer Zompe-Akalypse bist und du hast nicht mehr viel, dann wachsen dir natürlich einzelne Objekte auch mehr ans Herz. Das stimmt. Und dann ist so ein Wecker natürlich auch vielleicht einfach, das ist wie mit diesem, ich habe den Film nie gesehen, aber wo der auf der Insel strandet und sich dann mit seinem Fußball oder Basketball unterhält und ihm ein Gesicht drauf malt und so, weil es eben das Einzige ist, mit dem er sich da unterhält. Ich glaube, es ist ein Volleyball, aber das ist ein ganz schlimmer Film. Und vielleicht war dieser Wecker jetzt einfach so eine Kontaktperson, so ein Sympathieträger vielleicht auch. Mit einem kleinen Gesicht dran. Vielleicht sind die kleinen Wecker-Dinger oben links und rechts kleine Ohren. Genau. Und die Zeiger war ein kleines Schnäuzbärtchen. Genau. Kleines Bärengesicht. Ach süß. Na ja, jetzt wird er von Zombie zerfressen. Okay, er ist wieder da, er ist wieder da. Er sagt, hallo, ich bin wieder da. So, und jetzt können wir fragen, ob es funktioniert hat oder wie es ihm geht. Definitiv, ob es funktioniert hat. Mir ist gerade echt nicht wichtig, wie es ihm geht. Ja. Lass uns bitte nicht darüber reden, okay? Okay, was? Ist also alles gut gegangen, glaube ich. Aber, was ist das? Schreie? Warte, ich muss herausfinden, woher die Schreie kommen. Okay. Es sind Annas Schreie. Okay. Was habe ich nur getan? Wie, was habe ich nur getan? Ich meine, die hat doch vorhin schon geschrien. Er hat gar nichts gemacht. Man kann sagen. Ich hätte, ich habe einen Schuss gehört. Und immerhin ist es besser, als wenn er den Schuss nicht gehört hätte. Du hast doch den Schuss nicht gehört. Also, von daher ist doch alles gut. Und Annas Schreie? Sie haben aufgehört. Ja, hallo. Perfekt. So greifen die ganzen Zahnräder ineinander. Anna, hey, hör zu, ich brauche ein paar Minuten. Ich muss nachdenken. Über alles. Über alles. Ich meine, der hat aber eine ganze Menge zu tun. Der ist ja schnell überfordert. Das Wissen der Welt wird er jetzt überdenken. Wurft ein Wecker zum Opa rüber und dann hört er einen Schuss und schreie und ist schon. Also, ne, jetzt mal ernsthaft. Das sind Zombies draußen. Da darf man nicht so. Da muss man ein bisschen härter im Leben sein. Äh, im Nehmen. Aber guck mal, mal im Ernst. Anna, hätte der eh nichts machen können. Ja, okay, der hätte die vielleicht verbinden können. Das hätte das auch nicht aufgehalten. Und dann hätte er sich jetzt irgendwie noch ein schlechtes Gewissen gemacht, dass er vielleicht das falsch verbunden hat oder mit den falschen Utensilien oder sonst was. Also, so oder so hätte er sich doch vor, ähm, wie heißt das? Würfe. Äh, Vorwürfe gemacht. Mhm. Denke ich auch. So, ähm, so, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass er eigentlich froh sein sollte, den Anna, ähm, zu der wir ja noch keine emotionale Bindung haben, weil wir überhaupt nicht wissen, was mit der, woher die kommt, weil er ja nichts erzählt hat. Ähm, Anna, die, die ist jetzt erlöst, sozusagen. Ja, aber gut, wir haben keine emotionale Bindung, er ja schon, ne? Ja, okay, aber, aber ich meine, ähm, sie ist jetzt halt erlöst, das ist ja schon mal nicht schlecht. Also, das heißt, sie muss jetzt nicht leiden und, und rumschreien. Ja, aber scheinbar sieht er das anders. Hm. Derzeit. So, und, äh, und das mit dem Alten? Naja, gut, ich meine, er will nicht drüber reden, also, ich nehme mal an, aber das ist auch nicht uns zur Schuld. Guck mal, wenn der Alte ruhig gewesen wäre, dann wären die Zombies auch nicht in sein Haus gekommen. Wenn also was schiefgegangen ist, trifft das die Schuld den Alten selbst, weil der nämlich irgendwie auch eine Basel umgestoßen hat oder so. Naja, nee, ich glaube, der Alte hat die Zombies drüben alle gekillt. Irgendwo muss der Schuss ja herkommen, verstehst du? Naja, warte mal, aber, äh, das Haus, wo der Alte drin war, war ja nicht das, wo Anna drin ist. Weißt du das? Vielleicht war Anna dann plötzlich in der Gruppe der Zombies mit dabei. Naja, also entweder das oder, meine Theorie wäre jetzt gewesen, dass irgendwie so ein Militär-Heini oder irgendein anderer Überlebender in das Haus gegangen ist, wo Anna drin war. Ähm, ja, oder, oder die halt, ja, oder die tatsächlich mit in der Gruppe war, weiß ich nicht. Wir könnten einfach weiterspielen, dann sehen wir's. Ja, gut, dann machen wir das mal so, ja. Also, er meldet sich wieder. Entschuldige, dass ich so plötzlich weg war. Die ganze Situation ist einfach zu viel. Oh, wir können ihm jetzt raten, ein wenig zu schlafen. Oder, dass er sich ein wenig mit uns unterhalten kann. Ich würde sagen, wir unterhalten uns mit ihm. Er kann jetzt eh nicht schlafen. Ja, okay, wenn's sein muss. Also. Ja, das wird mich auf andere Gedanken bringen. Sehr gut. Sehr gut. Okay, also. Ähm. Wir könnten ihm jetzt sagen, dass wir's uns grad anders überlegt haben. Wir wollen doch nicht mit ihm reden. Oder wir können uns von den Toten erzählen lassen. Das klingt doch gut, oder? Mhm. Falk, etwas mehr Interesse hier. Ja, sehr gerne. Sehr gut. Gute Idee, Simon. Also, er sagt, ich weiß nicht viel über sie. Bisher habe ich mich, äh, auch so gut es ging von ihnen ferngehalten. Im Bunker gab es lediglich eine Handvoll Menschen, die vage Informationen über sie hatten. Mhm. Auf jeden Fall greifen sie Menschen an und ernähren sich angeblich auch von ihnen. Mhm. Äh, scrollt ein bisschen doof, ne? Darüber hinaus sehen sie wirklich übel aus. Mhm. Wie wird man zu so etwas? Und hast du schon gegen sie gekämpft können? Wenn wir jetzt fragen. Mhm. Okay, wie man so wird, das ist ja, glaube ich, hinlänglich bekannt. Aufsichtig, oder? Nämlich, sie werden ja gebissen. Ja. Also, hast du schon mal gegen sie gekämpft? Auch wenn die Frage wahrscheinlich auch überflüssig ist. Nein, siehst du? Ich bin bisher nur geflohen. Okay. Wenn du mich fragst, ist das die klügere Variante? Mhm. Möchtest du noch über etwas anderes reden? So, jetzt können wir sagen, nee, ich schlaf halt ein wenig. Oder, was ist mit deiner Familie? Hier, das können wir doch mal fragen, oder? Eine Frage würde ich sagen, ja. Weil er muss auch, man hat auch nicht zu viel Fragen. Er muss ein bisschen, er muss Energie tanken. Der kann doch eh nicht schlafen in der Situation jetzt. Meine Familie war nicht im Bunker. Ja, doch, wenn er von zwei Fragen ist, ist man schon ganz schön K.O. Meine Familie war nicht im Bunker. Mein Heimatort ist sehr weit weg von hier entfernt. Mhm. Sehr weit von hier entfernt. Und was macht er denn hier? Spaziergang? Wie sagt man so schön, zur falschen Zeit am falschen Ort? Mhm. Ja, weil uns geht's ja eigentlich auch gut, ne, mit wem er hier chattet. Also, das virtuelle Wir. Ich hasse dieses Sprichwort. Also sagt Sam. Mhm. Okay, jetzt muss ich aber wirklich etwas schlafen. Die Müdigkeit bringt mich sonst noch um. Siehst du? Okay, na dann. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er voller Adrenalin ist, aber gut. Nur noch eins. Ähm. Wirst du später noch da sein? Mhm. Ja, jetzt können wir sagen, natürlich oder wenn es sein muss. Nein, ich habe ein iPhone und der Akku ist fast alle. Äh, ja, natürlich. Oh, das wäre aber wirklich ein interessantes Spielelement, wenn langsam der Akku alle geht. Ja, wenn es sein, ja. Okay. Ich habe jetzt mal gesagt, natürlich, ne? Mhm. Wir sind ja nett. Mhm. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mich das beruhigt. Danke. Also schlaf gut. Okay, jetzt ist er erstmal für zwei Stunden weg. Zwei Stunden nur. Der spendet noch zwei Stunden. Das würde ihm aber nicht so viel bringen. Ja gut, also wir sehen, dass es zwei Stunden ist, ne? Also der, der Spieler ohne, ohne diesen, diesen kleinen Cheat, den wir hier durch die Entwickler bekommen haben, wird das nicht sehen. Na, der wird aber halt auch nach zwei Stunden die Nachricht bekommen, dass jetzt Sam wieder da ist. Ja. Und er würde dann sagen, oh, Sam hat aber nur zwei Stunden geschlafen. Da wird er aber nicht gerade wach sein. Ja, aber wahrscheinlich wird es einen Grund geben, warum es nur zwei Stunden sind. Weißt du? Ach so, du meinst, der wird aufgeweckt. Okay. Zum Bleistift. Sam, Sammy, 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 Sammy. Er ist wieder da. Ja, okay. Ich habe Schüsse gehört, ganz in der Nähe. Siehst du? Siehst du? Ja, hat er vorhin auch schon, ne? Ja, aber da hat er nicht geschlafen. Okay, wir können jetzt sagen, verhalte dich ruhig oder geh und sieh nach und ich würde sagen, verhalte dich ruhig, oder? Ich würde sagen, verhalte dich ruhig, aber schau aus dem Fenster. Gibt's nicht die Option. Ja, verhalte dich ruhig ist okay. Okay. Ja, das ist schon besser, glaube ich. Okay. Ja, die Gefahr gesehen zu werden ist zu hoch. Punkt, Punkt, Punkt. Können Tote schießen? Ich hoffe, das ist eine rhetorische Frage. Dann muss es noch weitere Überlebende geben, die nun nicht mehr im Bunker sind oder überhaupt nie dort waren. Ja, aber das hätte er doch schon vorhin drauf schließen können. Wieso? Bei dem ersten Schuss. Ja, und bei dem Opa. Der ist ja offensichtlich auch draußen. Ach so, ja, stimmt. Ja, okay. Ja, stimmt. Genau. Okay. Wie auch immer, ich sollte wirklich schlafen, wenn ich morgen noch in der Lage sein will, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Okay. So, dann sagen wir jetzt, du hast es ihm verdient oder wohin willst du überhaupt? Das können wir noch fragen, ne? Wo willst du überhaupt hin? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist doch gut. Was? Das ist eine sehr gute Frage. Entschuldigung. Du könntest den spielen. Zurück zu meiner Familie. Aber er hat doch eben gesagt, dass die super weit weg ist. Falls die noch existiert, tut weh, so etwas zu schreiben. Aber da es dir ja auch gut geht, besteht noch Hoffnung. Hoffentlich wirst du auch am Morgen da sein. Und ich auch. Äh, was jetzt? Ah, wir haben jetzt Tag 1 abgeschlossen. Ah, das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Und zwar haben wir jetzt Tag 1 abgeschlossen und kriegen jetzt kleine Statistiken über, wie sich andere Leute entschieden haben. Aber wir haben jetzt hier in unserer E-Mail mit ein paar Informationen, die wir da bekommen haben, steht da, dass die PC-Version, also unsere Spezialversion hier jetzt nicht wirkliche Daten verwendet dafür. Deswegen macht es jetzt, glaube ich, keinen Sinn, zu sagen, wie viel Prozent jetzt sich auch für Annas Schicksal, aber wir können ja sagen, welche Entscheidungen hier angesprochen werden. Wir müssen ja nicht unbedingt sagen, wie viele andere Leute das gemacht haben. Und zwar würde jetzt also hier eine Statistik auftauchen, wie viel andere Leute auch Anna zurückgelassen haben. Dann, oh, wie viele der Spiele am ersten Tag schon gestorben sind. Dann, da sind wir ja richtig gut dabei. Wir haben es ja geschafft. Ähm, dann, äh, weiß ich nicht. Du und, ähm, so und so viele andere Spieler wissen mehr über Sam als andere. Wahrscheinlich also dadurch, dass wir die ganzen Fragen gestellt haben über, wer er ist und sowas. Ähm, genau. Oh, und, äh, es gibt eine Statistik über, wie viele Leute den, ähm, den alten Mann, ähm, geopfert haben mit dem Wecker, sozusagen. Ähm, höh? Hier steht eine Statistik der Fremde. Äh, x Prozent der Spieler haben den Fremden auf dem Gewissen. Wir haben überhaupt keinen Fremden gesehen. Ja, das ist wahrscheinlich, wenn man irgendwie auf den ersten Schuss. Ah, jetzt am Ende, oder? Na, entweder auf die Schüsse am Ende oder auf den ersten Schuss anders reagiert hätte. Ich weiß nicht, ob wir das konnten auf den ersten Schuss. Mhm. Vielleicht ist es damit, vielleicht hängt es damit zusammen. Ah, interessant, ja. Ja, okay. Ja, das war's. Interessant. Tag eins abgeschlossen. Ja, okay, cool. So, wie geht es jetzt weiter hier? Mal sehen. Tagesübersicht betrachten. Wie geht es denn jetzt weiter? Ah, Tag zwei. Okay, Tag zwei geht jetzt weiter. Mhm. Guten Morgen. Ja, okay. Wenn man das so sagen kann. Äh, genau. Und jetzt können wir fragen, hast du gut geschlafen? Oder verlief die Nacht ruhig? Ich würde sagen, das machen wir, oder? Verlief die Nacht ruhig. Mhm. Nein, überhaupt nicht. Ich habe weitere Schüsse gehört, zwar aus einiger Entfernung, aber trotzdem. Du kannst dir sicher vorstellen, dass die nicht gerade zu einer, äh, zu einem erholsamen Schlaf beigetragen haben. Auf jeden Fall will ich raus aus der Stadt. Was meinst du, sollte ich vorher noch die Stelle untersuchen, von der gestern Nacht die Schüsse kamen? Näh. Sicher? Na, guck mal. Ich meine, ähm, also, nee, weiß ich nicht. Wäre es ein Videospiel, würde ich es machen. Mhm. Aber ich weiß, dass ich einfach ein krasser Spieler bin und die Szene sowieso überleben werde. Nee, 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 nee. Wenn du, also, nee, jetzt, wir haben ja letzte Woche von diesen Platter, äh, Players Ando gesprochen. In dem Spiel ist es nämlich so, dass du, wenn du stirbst, dann bist du halt tot. Das heißt, du kannst in dieser Partie nichts mehr machen, ja? Mhm. Ähm, und wenn, wenn du also nicht einfach nochmal neu laden kannst und dann eben an der Stelle weiterspielen kannst, dann entscheidet man sich, äh, da ganz anders. Und da ist es nämlich so, wenn du durch die Kante rennst und du hörst Schüsse, dann legst du dich erstmal sofort ins Gras und guckst, woher die kamen und ob die auf dich gerichtet waren. Und ganz oft ist es auch so, dass man sich dann sehr, sehr fernhält, ähm, ich meine, es gibt natürlich auch die Crazy Guys, ja, wie du, die dann halt sagen, okay, wenn sich dort zwei Parteien bekriegen, dann geh ich doch hin und, äh, bin der, äh, der Dritte, der sich dann freut und die angeschlagenen anderen auseinander nimmt. Aber das ist halt ein hohes Risiko. Und, ähm, um ehrlich zu sein, äh, wenn dort Schüsse waren, ich meine, gut, die Zombies, die, die ziehen weiter, aber die, der Schuss hat die Zombies auf jeden Fall angelockt. Das heißt, die sind erstmal dorthin gelaufen. Du argumentierst sehr weise, Simon. Okay, du hast mich überredet. Also die wären jetzt wahrscheinlich, weil, ja, also wir können mal fragen, ist das nicht zu gefährlich? Mhm. Wir können ansonsten auch sagen, natürlich, sieh nach, aber ich würde es erstmal fragen, so, ist das nicht zu gefährlich? Er kann die, die Situation auch besser einschätzen, ne? Mhm, mhm, mhm. Gestern befanden sich auf den Straßen noch etliche Toter. Als ich vorhin einen Blick nach draußen gewagt habe, war die Straße wie leergefegt. Mhm. Seltsam, oder? Ich weiß nicht. Ich finde, nee, gefällt mir nicht. Also, wir können jetzt sagen, okay, geh und sieh nach oder lass es. Na, okay. Okay, wenn du sagst, äh, das willst du nicht, äh, dann beuge ich. Weiß ich nicht. Komisches Gefühl. Komisches Gefühl. Weißt du, die, die, die Zombies, die snacken sich da gerade einen weg, bekommen die Ecke und dann gucken die und dann jagen die uns. Na gut. Mhm. Mhm. Nee, okay, lassen wir es, ne? Mhm. Okay. Ist wohl besser so. Dann werde ich nur die Stadt auf direktem Wege verlassen. Ja, ist besser. Jetzt ist er wieder erstmal weg. Achso, da ist er wieder. Entschuldige. Du glaubst mir nicht, was ich dir gleich sage, aber ich glaube, ich habe Anna gerade gesehen. Oh, oh. Wie bitte? Oder? Du musst dich irren, können wir sagen. Wie bitte? Ja. Ja, wirklich. Ich bin mir absolut sicher. Sie ist da gerade hinter einem der Häuser verschwunden. Aber sie, äh, aber wie kann das sein? Ja, äh, offensichtlich, äh, müssen wir jetzt sagen, das ist nicht mehr Anna. Denn die andere Option, verfolg sie, macht halt einfach keinen Sinn. Die ist halt einfach im Zombie-Himmel. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Äh, ja, warum nicht? Also muss ja nicht so der gleiche Himmel sein wie, ne? Im sogenannten Zimmel. Genau. Also, ich sag, wir sagen, das ist nicht mehr Anna, oder? Mhm. Wie meinst du das? Oh. Alter. Ähm, Sam. Anna ist gestern gestorben. Oder? Der Biss hat sie verwandelt. Oh, wir wissen aber noch gar nicht, dass sie gebissen wurde, hä? Also offiziell ist ja das noch nicht bestätigt worden, dass hier irgendwas mit Bissen funktioniert. Doch, 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 doch. Sicher? Da war doch vorhin eine Verletzung. Achso, du meinst, dass ein Biss, äh, nein, nein, sie wurde gebissen. Das hat er gesagt. Ah, okay. Na gut, dann, äh, dann, der Biss hat sie verwandelt, oder? Macht Sinn. Würde ich auch sagen. Ja. Jetzt nicht, dass er aufgrund dessen sagt, ach, na gut, wenn sie nur verwandelt ist, dann kann ich sie jetzt rückverwandeln. Genau. Äh, Moment, Moment. Mit einem Kuss auf die Lippen des Prinzen. Dann wurde sie zu einer der Toten. Das ändert wirklich einiges. Ich sollte in Zukunft noch vorsichtiger sein. Ich mache mich wieder auf, in Richtung Strandrand. Er scheint aber, ähm, relativ schnell darüber hinwegzukommen. Willst du in der Zwischenzeit noch ein wenig reden? Bitte was? Er scheint relativ schnell darüber hinweggekommen zu sein. So, achso, dann ist die zu einer Toten geworden. Ja, okay, dann ist es mir jetzt egal. Ne, ist ja, dann ist ja gut, dass wir ihn, äh, da überzeugen können. Ich würde wirklich auch mal gerne etwas über dich erfahren. Sagt er. Mhm. Okay. Na dann, wenn er Zeit hat, können wir sagen, klar, was willst du wissen? Oder ich will nicht über mich sprechen. Definitiv lassen wir ihn was fragen, denn eventuell fragt er, wo wir sind und sowas. Aber ich würde mich auch, ich würde gerne interessieren, mich würde interessieren, ähm, warum bei uns scheinbar nichts mit Zombies ist. Okay. Okay, was fragt er denn? Hm, lass mich überlegen. So allgemeine Dinge eben. Hast du Geschwister? Oh Gott, das ist das Langweiligste, was man fragen kann. Das interessiert ihn jetzt? Hm, wirklich komisch. Ich würde sowas fragen wie, hast du ein Helikopter, wo kannst du herkommen? Oder, oder hast du, äh, ein, ein, eine Armee? Oder hast du eine Telefonnummer, wo du jemanden anrufen kannst, der, ja im Ernst, ich würde Okay, gut, er hat gesagt, wie immer, ja, okay. Aber, oder, oder vielleicht sowas wie, hast du einen Kontakt zur Pressestelle, weil, äh, die könnten ja mal berichten, was bei uns hier los ist irgendwie. Weil anscheinend hat sich sein Unserland noch nicht fortgesetzt, ne? Oder Stadt. Na gut, also, haben wir Geschwister, ja oder nein? Nee, keine Geschwister. Nein? Mhm. Okay. Wow, an vielen Momenten meines Lebens hätte ich dich darum beneidet. Mhm. Ich habe mich damals ständig mit meinem Bruder Corey gezankt. Und einmal haben wir uns sogar so sehr gestritten, dass er mich daraufhin drei Wochen lang ignorierte. Auf WhatsApp, oder was? Vielleicht hat er auch nicht so ordentlich geschrieben, der Corey, man weiß es nicht. Ja, er war schon immer sehr konsequent. Was? Mhm. Okay, Nacht- oder Morgenmensch, was sind denn das für Fragen? Ich weiß es auch nicht. Also, äh, in seiner Situation würde ich wahrscheinlich auch andere Dinge fragen. Ja. Ähm, ja, Falk, was bist du denn für ein Mensch? Ich schätze dich mal ein als, ähm, Nachtmensch. Ich stehe früh morgens auf, wie mit einem Schalter geweckt und kann aber auch die Nacht durchmachen. Also ich, und das auch nacheinander funktioniert. Na, es geht ja darum, wie deine Laune ist am Morgen. Also bist du ein Morgenmuffel oder ein Morgenhäschen? Ich bin spitze drauf, wie immer. Na, dann sind wir ein Morgenmensch. Ja, von mir aus. Na, dann ein Morgenmensch. Was auch immer das macht im Spiel. Na, das werden wir ja gleich feststellen. Oh, echt? Ich drücke jeden Morgen den Wecker mindestens dreimal weg, bevor ich es schaffe, aufzustehen. Ja, in dem Moment sollte ihm bewusst werden, dass er mit seinem Wecker vor letztem Mal einen alten Mann getötet hat. Das stimmt. Und mittlerweile auch Schüsse hört. Da braucht man auch gar keinen Wecker mehr. Äh, Hund oder Katze, will er wissen. Hm. Also ich bin mehr so der... Kann ihn langsam nicht mehr ernst nehmen. Ich bin mehr so der Katzen-Typ. Und du? Naja, dann kann ich da nichts machen. Dann kriegt man hier Katze. Hallo, wenn du jetzt... Nee, ich bin absoluter... Wenn du jetzt eine sehr starke Meinung bezüglich Hund hast... Ich hasse Tiere. Tiere nerven. Nee, ist so. Ich hasse Tiere. Die Kacken machen es nicht selber weg. Sie essen und holen aber kein Essen. Sie verlieren Haare. Es ist alles eckehaft. Das kommt alles nur auf das Training an. So ein Hund, der kann dir auch die Zeitung bringen und die Pantoffeln... Ja, und dann seine Kacke kann er immer noch nicht wegmachen. Ja, dann ist das so. Gut, jetzt sagen wir Katze. Hm, ich hatte nie eine Katze. Kaffee oder... Simon, ist das jetzt gerade... Hast du ein anderes Spiel gestartet oder sowas? Das ist ja belanglos. Kaffee oder Tee. Was soll denn das? Okay, wir sind beide Kaffeetypen, oder? Ja. Ja. Aber immerhin lerne ich jetzt was über dich hier. Das ist doch mal was. Auch nicht schlecht. Kaffee. Haha, ich bin ohne Kaffee auch zu nichts zu gebrauchen. Dachte ich zumindest bisher. Das war wirklich ein guter Zeitvertreib. Echt? Ich habe gerade den Stadtrand erreicht. Wat? Also das ist eine kleine Stadt und er kann gut schreiben, während er sehr aufmerksam durch die Stadt rennt und versucht, nicht entdeckt zu werden. Wahnsinn. So. Es gibt nun zwei Möglichkeiten für mich. Mhm. Entweder ich gehe direkt auf der Straße weiter oder laufe am Waldrand entlang. Mhm. Waldrand würde ich sagen. Waldrand, ja. Beides hat Vor- und Nachteile. Auf der Straße könnte ich an Läden oder Ähnlichem vorbeikommen. Der Waldrand bietet mir etwas mehr Deckung als die offene Straße, stellt aber einen kleinen Umweg dar. Hat er natürlich recht. Was meinst du? Mhm. Wald. Der andere sagt, ja, aber er hat nichts mehr, ne? Er hat nichts bei sich, hat er gesagt, glaube ich. Wie lange kann man denn überleben, wenn man Gras isst und Rinde? Als Mensch? Gar nicht so lang, glaube ich. Mhm. Ist da nicht irgendwie der Energieverbrauch beim Verdauen höher als der Energiegewinn des Verdauens, des Nahrungsmittels? Ich weiß es nicht. Bin da nicht so versiert, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ich weiß nicht. Ja, also das ist eine gute Frage. Ähm. Weil es ist einfach so, dass diese Zombies auf natürlicher Weise immer in Städten sind, weil dort sind halt die ganzen Männchen gewesen und die verwandeln sich in Zombies, also sind die ganzen Zombies in Städten und eben nicht auf dem Land. Mhm. Ähm, Waldrand ist halt schon sicherer, aber klar, das Essen ist ein Problem. Ja, aber vielleicht kannst du ein paar Brombeeren finden oder so. Ja, das stimmt schon. Ähm, er hat halt nichts geschrieben, wie das mit dem, mit dem Wetter draußen ist, aber ich nehme mal nicht an, dass es jetzt zu tief im Winter ist, das hätte er sicherlich erwähnt. Mhm. Ja, komm, Waldrand. Ja? Okay. Lieber lebendig, aber hungrig als irgendwas anderes. In Ordnung. Mann, mir tun meine Füße jetzt schon weh. Ich melde mich, falls etwas Interessantes passiert. Keine Sorge, es ist nichts passiert. Was? Ach so, ja, okay, ähm, sorry. Du hast zu schnell geklickt. Ich habe einmal zu viel geklickt, da wäre jetzt eine Pause gewesen. Äh, aber er sagt jetzt, keine Sorge, es ist nichts passiert. Okay, sehr schön. Äh, warte mal. Ja? Sollten wir eigentlich mal irgendwann wieder Schluss machen? Na gut. Und da wollen wir noch eine, noch eine, eine bis zur nächsten Pause? Können. Ja, machen wir noch einmal. Einmal. Also es ist überhaupt nichts passiert. Genau. Also er schreibt, es ist, äh, also keine Sorge, es ist nichts passiert. Wirklich überhaupt nichts. Verstehe mich nicht falsch. Ich bin darüber keinesfalls enttäuscht. Okay. War eine gute Entscheidung bisher. Ich hasse es nur, mit mir allein zu sein. Okay. Der ist ja, der ist ja ein nervliches Wrack. Der weiß ja weder ein noch aus. Das ist ja fürchterlich. Mhm. So, ähm, wir können jetzt sagen, kenne ich, willst du reden oder konzentrier dich lieber auf den Weg. Konzentrier dich lieber auf den Weg. Eigentlich schon, ne? Er soll nicht so viel schwatzen. Ja, komm, er läuft gerade. Ja, na, aber im Ernst, ich meine, das ist halt eine, man muss sich da schon konzentrieren und auch echt aufmerksam sein. Das hört man halt nicht, wenn sich jemand nähert und so. Ja, nachher stolpert er auch noch wie Anna und dann auch, das ist auch nicht schön. Ja, genau. Hm, hast schon recht. Ich schreibe dir später wieder, wenn wirklich etwas passiert. Okay. Okay. Also würde ich sagen, an dieser Stelle lassen wir dem nochmal zwei Wochen wandern. Genau. Da sollte er irgendwo rauskommen. Können wir eine kleine Pause machen. Ja, gut. Hm, ja, würde ich sagen. Wir streicheln unsere Katze und trinken unseren Kaffee. Und hoffen, dass es Sammy, dass er in zwei Wochen noch im Wald ist und dann noch gut mitgelaunt mit uns schreiben will und wir ihm dann weiterhelfen können. Mist, ich hatte gerade einen Reim im Kopf. Aber naja, so geht's auch, Simon. Na, bin ich gespannt. Dann hau mal raus. Ich wollte irgendwas mit Santa Fe am Ende machen. So, weißt du, Kaffee, Santa Fe. Naja, egal. Okay. Gut. Tschüss. Du musst es auch noch Tschüss sagen. Tschüss. 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 Tschüss.